Das Wochenende ist rum, endlich geht es weiter und so richtig was Neues kann man eigentlich gar nicht berichten. Der DAX beispielsweise eiert immer noch rum, völlig ohne Schwäche aktuell. Wir sehen noch nicht, dass man wirklich sagen kann, er will nicht mehr. Auf der anderen Seite ist er auch schon weit gelaufen und so richtig den Vortrieb kann man jetzt dem heutigen Tag jetzt auch nicht attestieren. Aber wollen wir nicht jetzt wirklich das Ganze schlecht reden. Das ist eine grundsätzlich ganz gute Bewegung und wir hatten ja die vorangegangene, ziemlich wackelige, also eher noch nach oben. Aber ich sage mal so, ich würde mich nicht wundern oder umgekehrt, ich würde mich sogar ein bisschen freuen. Und das sage ich nicht aus Gehässigkeit, wenn der Markt so langsam aber sicher mal in eine Pause käme, damit ich dann ganz befreit und super gerne wieder auf die Long-Seite gehen kann. Noch sehe ich das nicht, dass das hier begonnen hat. Ich sehe aber vielleicht, dass wir die Dynamik nach oben so ein bisschen verlieren. Also so dieser richtige Schwung so von wegen, ja wir sind mal runtergekommen, aber egal. Das haben wir hier jetzt vielleicht nicht ganz so stark, aber so richtig schlecht sieht das hier ja auch nicht aus. Also ich sage mal so, latent finde ich die Aufwärtsseite weiterhin gut. Würde ich da vorläufig wohl auch noch mal eher daran festhalten, obwohl ich sagen muss, jetzt noch eine Position dazu eröffnen. Wenn dann auf kleiner Ebene, so wie hier jetzt, wenn wir sowas in der Richtung haben, das vielleicht schon, aber ansonsten so einen Rücksetzer, den fände ich total klasse. Denn dann hätte ich ja wieder das, was wir vorne haben, sogar steiler hier, das, was wir hier vorne haben, sehr realistisch hier hinten nochmal. Also ich sehe das gar nicht als eine Bedrohung, sondern eher als eine, ach Gott, endlich, dann können wir uns dann ja vorbereiten auf die nächste deutliche Schubbewegung. Das fände ich eigentlich die schönste Variante. Und das ist etwas, was wir in anderen Märkten auch haben, zum Beispiel beim Nasdaq, das ist noch eine Zeichnung. Ich hatte das am Wochenende in meinem Video gebracht. Ich glaube, das war die englische Version, die englischsprachige, ich weiß nicht, ob ihr die mitverfolgt. Aber wenn ihr das gesehen habt, dann ist das eigentlich hier dieses Wunderbare, dieses perfekte Muster, wo man sagen kann, hey, ist das nicht klasse? Eine richtig tolle Schubbewegung hier nach oben. Jawohl. Und was wir jetzt halt mal bräuchten, wäre ein paar Tage mal rückwärts gehen oder viele Stunden mal einfach rückwärts gehen. Das wäre eigentlich nicht so schlecht. Ob das jetzt schon losgeht, weiß ich nicht. Wir sind immer noch in diesem Einfluss dieses Zwischenhochs, vielleicht die 38er Marke. Also ich sehe eine ganz gute Chance, dass der Kurs jetzt hier in den Dreh reinkommt. Also das finde ich gar nicht so schlecht, die Überlegung, die Idee dazu. Aber das wird sich dann hier zeigen, ob er das tut. Und wir sehen so an der jüngsten Bewegung, guck mal, da sind wir nochmal tapfer runtergegangen. Super. Wenn er wackelig hochgegangen wäre, hättet ihr eine ganz klare Idee, was ich machen würde. Aber das hat er nicht gemacht. Er ist genauso dynamisch hier wieder nach oben gegangen. Und das zeigt mir, dass noch die Bullen nicht weg sind aus dem Markt. Noch haben sie ein Interesse, sofort wieder diese starke Abwärtsbewegung zu annulieren oder quasi erstmal zurückzusetzen. Und man hat vielleicht sogar den Eindruck, dass das Ganze insgesamt eher eine Korrektur ist. Denkt mal dran, eine Seitwärtskorrektur. Das Ganze endet häufig mit einer scharfen Bewegung. Wir haben häufig darüber gesprochen. Eigentlich ist es so die DAX-Geschichte. Guckt mal den DAX an. 2018 Januar, das ist der Corona-Crash gewesen. Und anschließend geht es danach nochmal weiter nach oben. Es ist genau das gleiche Verhaltensmuster. Das ist auch nicht untypisch. Die Hälfte aller Korrekturen sind in irgendeiner Form so ähnlich. Die müssen nicht jetzt genau so aussehen. Aber dieses grobe Verlaufsmuster, also eine Korrektur, die sich eher in die Weite zieht. Wer sagt, das gibt es nur ganz selten, gucken wir uns den Russell mal ganz kurz an. Vermutlich ist es das, was wir hier haben, sogar auch. Also wir haben solche Situationen durchaus regelmäßig. Über den Russell möchte ich an der Stelle eigentlich weniger sprechen, weniger handeln, obwohl es eigentlich auch ein interessanter Markt ist. Wie gesagt, Nasdaq im Moment immer noch auf der Aufwärtsseite. Das zeigt auch diese Geschichte, wenn er wackelig hier runterkommt, bin ich sowas von gerne wieder nochmal auf der Long-Seite. Und dann geht das Gleiche, was ich hier oben angedeutet habe, eben ein bisschen höher los. Das ist etwas, wo ich regelmäßig feststelle, dass Leute meine Nachrichten auch, was das angeht, missinterpretieren. Wenn ich dann sage, ja, guck mal, ich gehe davon aus, dass es nach oben geht hier, weil es ist alles ein ganz bullisches Ding. Und dann gibt es tatsächlich einige Leute, die hier kaufen an der Stelle und dann sagen, ja, das klappt ja immer super. Immer wenn du sagst kaufen, dann geht da runter. Ja, das ist ja die Ansage, dass es hier runter geht. Ja, also wir müssen damit rechnen, dass an den Stellen gewendet wird. Das ist also gar nicht so untypisch. Also, wenn ich nur den Anstieg habe, dann muss ich natürlich das Ding abwarten und dann erst wird das Ganze relevant. Und dann kann man hier, falls es ein Cluster gibt, Stichwort Fibonaccis, oder vielleicht auch wer Indikatoren liebt, kann auch sagen, haben wir da vielleicht irgendwie eine Indikatoren-Situation, die für einen Dreh spricht. Oder aber, was ich lieber mag, ist diese Zwischenhochs. Genau das ist das für den heutigen Nachmittag. Der Anstieg, ich mache es mal groß, der Anstieg ist super. Aber, schöner kann man sich den nicht wünschen. Jetzt bräuchten wir idealerweise irgendwas Dreiwelliges. A, B, C ist ein ganz typisches Verhalten, Zigzag zum Beispiel oder andere Verlaufsmuster. Oder wenn es dann nicht dreiwellig reicht, dann von mir aus auch mehr, aber dann, dass es mehrfach hin und her wackelt. Und dann wäre das Zwischenhoch, und falls es den gar nicht mehr gibt, das Zwischenhoch sozusagen der Trigger, um das, was wir hier zu haben, was wir da hatten, nochmal da oben fortzusetzen. Also ihr seht, das aktuelle, das jüngste Bild ist eher nach oben gerichtet. Das ist in Kombination auch mit dieser Korrektur, wenn das wirklich eine Korrektur wäre, vorher ging es steil nach oben. Dann würden wir sowieso erwarten, dass es noch vorläufig nach oben geht. Und unter der Voraussetzung, dass wir hier jetzt irgendwas bekommen, was nicht steil runter geht. Meine Idee ist komplett über den Haufen, wenn er nachher das macht. Und deshalb ist das auch nicht schlimm, weil ich kaufe ja nicht hier. Wenn ich hier jetzt kaufen würde, hat er auch gesagt, geht nachher nochmal hoch. Ja, dann ist das natürlich bescheuert, weil wenn der Kurs das macht, ja, hat ja super funktioniert, danke Rüdiger. Aber das ist ja nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, das abzuwarten und dann den. Und dass er da drüber geht und danach so runter, ist nicht unmöglich. Wahrscheinlich, aber deutlich weniger wahrscheinlich. Und dann haben wir immer noch das CRV zu unseren Gunsten, dass wir sagen, ja gut, habe ich halt das verloren. Oder sogar weniger, wenn ich auf die 78er den Stop lege. Aber ich hätte das auf der Gewinnseite. Naja, das kann ich durchaus mal versuchen. Ich hoffe, dass das so ein bisschen klar geworden ist, damit ihr nicht darunter leidet. So von wegen, ja super, er hat doch gesagt Long, jetzt gehe ich Long, jetzt fällt der Markt. Ja, das ist doch zu erwarten, dass er das tut. Also gehe ich jetzt Short? Nee, weil ich gehe doch nicht Short, wenn er so hoch geht. Ja, aber du hast doch gesagt, dass es runter geht. Unter der Bedingung, dass es runter geht. Und zwar korrektiv, dann ist das der Einstieg. Das ist ganz wichtig. Also nicht einfach nur so oberflächlich reinhorchen und so, naja, geht jetzt hoch oder runter. Das wäre zu schön. Dann kann ich euch gleich sagen, hört euch nicht 10 Minuten hier an, sondern hört euch eine Minute an, kauft jetzt und haltet die Klappe, setzt euch hin und freut euch über den sicheren Gewinn. Aber so funktioniert das ja leider nicht an der Börse. Ja, also in dem Fall, wir müssen das halt abwarten, dass er dieses gemacht hat. Jawohl, das hat er ja schon gemacht. Müssen wir nicht mehr abwarten. Dass er als nächstes das macht, das weiß ich noch nicht. Aber wenn er das macht, dass er dann triggert, um dann da mitzumachen. Die Chancen und vor allen Dingen die Chance-Risiko-Relation sind dann deutlich zu unseren Gunsten. Erwartungswert, also durchaus positiv für diese Idee. Das ist nicht großartig anders beim S&P 500. Ich finde das Bild aber schöner und deutlicher beim Nasdaq. Schaut euch das hier hinten mal an. Deshalb würde ich sagen, Nasdaq hat meinen Vorzug bei der Beobachtung. Und ganz anders sieht das sogar aktuell aus beim Dow Jones. Denn beim Dow Jones haben wir vorläufig eine starke Abwärtsbewegung. Und hier weiß ich noch nicht so richtig, was das wird. Nehmen wir mal an, es sähe so aus. Und er triggert dann das, dann sogar die Abwärtsseite. Und wer sich jetzt schon wieder wundert und sagt, wieso, es kann doch nicht sein, Nasdaq hoch und Dow Jones runter. Ne, macht sein, dass das nicht der Fall ist. Wobei die gar nicht so synchron laufen im Moment. Aber wenn ich das hier bekomme und der Kurs dann das bricht, dann wird das wahrscheinlich so aussehen, dass es hier beim Nasdaq auch irgendwie so läuft, aber eben nicht triggert, sondern nach unten weg geht. Das heißt, ich hatte mich für beide Situationen vorbereitet. Beim Nasdaq vielleicht die Long-Seite, beim Dow Jones vielleicht dann die Short-Seite. Und je nachdem, welches er den einen oder den anderen triggert, mache ich den Gewinn. Und immer daran denken, selbst wenn ihr aus Versehen in dem einen Markt drin seid und in dem anderen eben nicht, dann habt ihr die Chance, dass euer CRV euch halt bei dem einen einen kleinen Verlust und bei dem anderen einen größeren Gewinn gibt, so dass ihr sagt, ja schade, die Hälfte meines Gewinns habe ich verloren mit dem anderen Markt. Aber die Summe ist immer noch positiv und ihr seid vorbereitet auf beide Situationen. So, mehr kann und will ich euch an dieser Stelle nicht mitgeben. Für die, die Intraday mal drauf gucken, also mehr Tipp kann ich nicht geben. Nasdaq ist ein heißes Ding für heute Nachmittag und die Abendstunden, ob der das so macht, weiß ich nicht. Aber wenn er das so macht, dann ist es eine coole Kiste. Achtet selber mal drauf. Ihr sollt ja auch ein bisschen Spaß mit den Märkten haben. Euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.